Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, will ich gerade hier bei Lavish Lea landen. Da war ich auf jeden Fall schon eine sehr lange Zeit nicht mehr. Hier unten sehe ich gerade einen Spieler. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr so Tipps habt, wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann. Darüber würde ich mich immer sehr freuen. Ich würde sagen, wir werden jetzt einmal ein paar Waffen hier suchen. Die relativ gut sind, hoffentlich. Und dann einmal weitermachen. So, Rosenwaffen. Hier ist eine, okay. Hier ist noch eine Truhe. Es gibt leider nicht so viele Waffen hier irgendwie. Glaub ich. Eine Cola. Wo wird jetzt die geschossen? Dann wechseln wir mal das hier aus. So, zwei Spiele auf einmal. Fantastisch. Hat der schon mal sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, wir werden noch mal kurz hochgehen. Wo ist denn hinter der Spieler? Wir sind in der Truhe. Brauchen wir nicht. Midi-Kits. Oh-oh. Oh-oh. So, okay, dann haben wir auch. Also ich muss sagen, diese Waffe hier, die ist gar nicht so schlecht. Also ich habe mir, ich mochte die früher nie so richtig. Aber mittlerweile muss ich eigentlich sagen, ich finde die eigentlich richtig gut hier. Wie heißt die Donner Salvetter-Maschinenpistole? Ich brauche noch ein bisschen mehr Munition. Ich weiß nicht, wo ich die finden soll. Ähm. Mir vielleicht mal ein Auto holen. Keine Ahnung. Da oben ist, glaube ich, jemand. Da vorne. Wo ist denn der hin? Was soll man nehmen? Das hier, oder? Auswechseln. Ich weiß jetzt echt nicht, wo der hingegangen ist. Oder da vorne. So, jetzt aber. So, jetzt. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, ich glaube, ich tue das hier. Ich wechsel das hier mit dem aus. So, finde ich, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Obwohl, das Beut... Äh. Bin mir echt nicht sicher, was wir jetzt machen sollen. Ich glaube, ich bald lieber das hier. Da ist auch viel Munition. So, haben wir auch geschafft. Ich habe schon 5 Kills. Allein hier bei dem Larve ist leer. Wahnsinn. Ich glaube, ich nehme mir jetzt mal ein Auto und fahre mal woanders hin. Nein, komm, 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 komm. Ja, boah, das war knapp, Leute. Das war sehr knapp. So, nehme mir eine Waffe mit. Dann können wir jetzt noch mehr mitnehmen. Ich bräuchte dringend eine Pump irgendwo. So, auch ledigt. Ich muss sagen, diese Donner-Servettemaschine ist wirklich... ...wirklich gut, also... Habe ich nicht gedacht. ...weil ich benutze die eigentlich nie so oft, deshalb... ...keine Ahnung. ...wollte ich vielleicht mal öfter benutzen. So, wo sollen wir hin? Ähm... ...keine Ahnung. Jetzt haben wir 7 Kills schon, das ist schon mal sehr, sehr gut. Hm. Ich muss auch am besten mal hier diese Kisten für die... ...ääh, fürs Auto. Schauen, ob ich die hier irgendwo finde. So. So. Hier ist ja, hier ist ja alles kaputt. Wahnsinn. Ich muss aber schon mal reißen, dass da war. Ich muss schon mal hier... Hier ist ja alles zerstört. Wahnsinn. Der hat mein Reifen kaputt gemacht Ich will mal hier kurz die Füße benutzen Ich hole mir glaube ich auch die anderen Reifen wieder Ich bin auf jeden Fall schusssicher Oh nein jetzt kommt der mir nach Jetzt ist er aber schnell weg Kann der nicht sich jemand anderen aussuchen Was soll denn das jetzt Oh da ist er links Stell weg 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 Stell weg, mein Auto ist fast kaputt Ich muss jetzt schnell mein Auto heilen Auch die Kaktusse Kaktus, Kaktus, Kaktus Hopp, zack, super Da unten sind noch ein paar Drei Stück Drei Stück Ja Die Zone kommt gleich Zwei Stück Die Krone ist da, soll ich mir die holen? Ah ne Nito Dorm ist noch gar nicht Hä? Hier eine Krone war da jetzt Das ist schon Okay Egal Bauen wir ja nicht unbedingt Die Zone kommt, sollten wir auch recht gehen. Voll mal in die Richtung. Ich glaube auf jeden Fall noch ein paar Kills kriegen. Ich hab ja hier schon 3 Medi-Kits. Ich tank die Luftjahre. Hallo? Nein! Von wo haben wir denn jetzt hier geschossen? Von wo haben wir denn jetzt hier geschossen? Von wo haben wir denn jetzt hier geschossen? Nein! Die explodieren zu schnell. Dann fahr mal hier hin. Wir müssen ja auf jeden Fall hier irgendwo in der Nähe sein. Da vorne. der ist hier hoch nein mein Auto ist jetzt kaputt weg es wäre toll wenn ich es jetzt finden würde ist hier nicht ein Tor irgendwo so so ist das Auto so direkt sogar mit dem dicken Reifen mit dem Schutzschild gespahnt und dann habe ich wieder ein funktionstüchtiges Auto so ich habe es jetzt hier nicht so viel finden wo wir in der gehen ich kann auch noch ich kann auch noch so ich verstehe als ich in den ersten paar Minuten haben wir wahnsinnig viel Kills gemacht und jetzt irgendwie so hängen geblieben mit der Anzahl keine Ahnung warum lustig äh ja so wo fahren wir hin ja endlich ich möchte es aber glaube ich austauschen auf die Seite ob weg 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 Boah, das war jetzt um einiges knapp. Schnell weg. Ich muss schnell mein Auto auch heilen. Ich brauche Schilltank und mein Auto brauche auch Heilung. Ist auch nicht mehr so ganz in guten Zustand. So, hier vorne schon mal fürs Auto. So. So. Ich will das austauschen. Mieter falsch. Ne, falsch. Falsch. So, jetzt stimmt's. Okay. Jetzt bin ich in seinem Auto drum. So, jetzt sind wir hier. und die Zone, mal gucken was er jetzt macht geht er jetzt raus? jo, wusste ich doch wusste ich doch, dass er jetzt raus geht wie kann das alles jetzt hier schon so schwierig ist, obwohl noch 6 Spieler übrig sind nein, Leute, nein Leute, ich würde sagen, ich finde jetzt das Video, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ciao